Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würde ich Ihnen gerne noch einmal etwas sagen zu den Möglichkeiten, wie Sie Währungen tauschen können bei Interactive Broker. Bisher ging es ja meistens nur über die TBS-Plattform. Dazu können Sie auch das Video hier sich anschauen. Da haben wir ja schon einiges Ihnen in der Vergangenheit präsentiert. Die zweite Möglichkeit, die es auch gab, die meines Erachtens etwas einfacher war, war die Trader Workstation App, also die IB App fürs Handy. Da kann man auch Währungen tauschen und die dritte Möglichkeit, die wir Ihnen heute zeigen wollen, ist hier jetzt auch im Client Portal, also auch über die Webseite, in Ihrer Kontoverwaltung. Wofür brauchen Sie Währungstausch? Ich denke, die häufigsten Sachen sind natürlich, wenn man im Cash-Account arbeitet, weil Sie brauchen natürlich die Währung, in der Sie dann auch traden wollen. Aber ich denke auch für jeden, der in einem Margin-Konto arbeitet, ist es ganz wichtig, wenn Sie einen Verlust generieren, wollen Sie natürlich den Verlust wieder ausgleichen oder keine negativen Salden stehen lassen, weil Sie dafür Zinsen zahlen. Deswegen sollte man natürlich auch im Margin-Konto schauen, dass man negative Salden ausgleicht oder halt dementsprechende Gewinne vielleicht in seine Basiswährung zurücktauscht, um dann die entsprechend auch auszahlen zu lassen. Deswegen glaube ich, ist es für jeden wichtig zu sehen, wie das Ganze auch in der Kontoverwaltung funktioniert. Dazu sind wir schon mal in die Kontoverwaltung gegangen. Wenn Sie hier in diese Übersicht reingehen, ist es relativ simpel. Währung umwandeln gleich der vierte Punkt von oben und das Interface ist auch recht simpel gehalten. Das heißt, Sie können hier direkt einstellen, Währung umwandeln und zu welcher Währung, also von zu welcher Währung. Das ist relativ simpel, ist auch kein, wir können jetzt mal von Euro in, nehmen wir mal Schweizer Franken, dann trage ich hier meine Summe ein, wenn ich jetzt sage 10.000, machen wir mal, das sind jetzt 10.000 Dollar, dann so 100.000, 10.000 Dollar, zeigt er mir genau an, das sind 10.785 Schweizer Franken. Dann gehen Sie nur für übermitteln und im Prinzip ist die Währung damit getauscht. Also dadurch deutlich einfacher als in der TWS, wo Sie immer noch aufpassen müssen, ist es ein virtueller Trade, also ist es eine Vorexposition oder ein wirklicher Währungswechsel, hier können Sie es relativ simpel einstellen und damit haben wir jetzt in allen drei Applikationen, wenn man so nimmt, über die App, über die TWS-Plattform, sowie über die Kontoverwaltung die Möglichkeit, Währungen zu tauschen und dann dementsprechend auch in seine Basiswährung zurück umzuwandeln. Sollten Sie auch in der Zukunft keines unserer Videos mit verpassen wollen, dann subscriben Sie bitte hier zu unserem Channel, so dass wir auch in der Zukunft Ihnen wieder nützliche Informationen rund ums Trading und Interactive Broker mit an die Hand geben können. Vielen Dank.